Gardeck Phone hat man mal zusammen gezockt, da gab es ein paar lustige Runden. Ja, fand ich auch. Deswegen, das ist eigentlich was, wo man... Äh... Gardeck Phone können bis zu 16 Leute spielen, oder weniger. Naja, die Frage ist halt, ob da so viele Leute mit dabei sind. Das ist halt auch die Sache. Ich denke mal, Gardeck Phone wäre vielleicht eine ganz gute... Sache. Pit. Ja, wir haben zwei Timer ausgelöst. Aber warum will ich auch zurück? Wir sind ja eh durch mit dem Dungeon jetzt, oder? Ich weiß, wir haben jetzt noch eine Skulltee, die wir nicht eingesackt haben. Aber ansonsten müssten wir alles haben. Ja, wir können gehen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben jetzt die Krafthandschuhe. Äh... Also, ich habe jetzt Mario Kart gehört, ne? Wir haben jetzt Gardeck Phone gehört. Und Smash haben wir gehört. Wollen wir gleich nochmal eine Umfrage machen? Wer für was ist? So, warte mal. Ich muss ja nicht groß werden. Bei der Fee bei Ganons Schloss. Genau, da können wir jetzt mal hin. Das ist eine gute Idee, Eva. Das machen wir. Genau, mit den Handschuhen können wir jetzt auch ins Kurudotal. Back in business, Arianas, back, hey, ho. Let's go. So, Feuertempel, Feuer... Nee, Feuertempel können wir nicht machen. Weil Feuertempel brauchen wir den Hammer. Und da wurde schon gesagt, der Hammer ist bei den Gurudos. Deswegen werden wir zu den Gurudos gehen. Defense Boost von der großen Feuertempel. Können wir das jetzt echt machen? Doppelte Verteidigung? Oder doppelt Leben, besser gesagt? Das ist schon hart. Mhm, 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 mhm. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Okay, Umfrage starten. Welches Spiel? So, dann machen wir... Wie heißt das? Gar-Tick-Phone? Oder Gar-Lick? Das ist der schöne, äh, Knoblauch... Knoblauch-Telefon. Gar-Tick heißt es, glaube ich, ne? Ähm... Mario Kart. Also, ich denke mal Mario Kart 8. Switch, richtig. Oder Wii U geht da bestimmt auch. Und Smash würde ich jetzt nochmal machen. Aber ihr müsst halt bedenken, nicht jeder hat ne Switch. Ähm... Für die Switch. So. Und Gar-Tick-Phone würde wahrscheinlich für alle gehen. Weil das halt auch auf dem Handy und so geht. Ich denke mal... Gar-Tick-Phone wäre wirklich für die meisten Leute da die beste Wahl. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Vielleicht habt ihr ja auch mehr Bock auf was anderes. So. Was habe ich denn gespielt? Also, ich denke mal, die meisten Leute kennen einfach, kennen Gar-Tick-Phone, oder? Also, wirklich einfach so Bilder malen. Die anderen müssen dann raten, was da gemalt wurde. Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz lustig. Ähm... Kann man schon gute Zeit mit Totschlagen. Denn lieber Zelldehung, wo ist Topf schlagen? Ich hab... Ich hab leider keine Töpfe. Tut mir leid. Wer sagt mir jetzt, wie ich Sailor Moon gucken kann? Ähm... Gibt's bestimmt. Streamst du dann und wir spielen zusammen? Genau. So ist der Plan, Ariana. That's the plan. Abo wurde beendet. Was? Wegen den Topf schlagen. Tut mir leid. Ich brauch mehr Töpfe. Dann schlagen wir Topf auf Chris' Kopf. Dankeschön. Dankeschön. So, ihr habt mir auch gesagt, ich kann hier irgendwie hochklettern, ne? Ja. Tatsächlich. Da gibt's eine kostenlose Internetseite. Da kann man alte Animes nachgucken. Lass mal treffen und Monopoly spielen. Da werde ich immer krantig. Bei Monopoly. Ich kenne Gartic Phone nicht, aber hab mal im App Store geguckt. Gibt's das da? Also man kann das halt, es ist kostenlos, ähm... Man kann auch einfach auf dem Computer... Ich weiß ja nicht, ob jeder einen Computer hat. Ne? Das muss ja nicht sein. Aber du kannst auf dem Gartic Phone einfach im Internetbrowser Gartic Phone eingeben. Da gehst du drauf und dann verbindest du dich halt mit einer Gruppe von Spielern. Da gibt's dann noch ein Passport oder so. Und da kann man joinen und dann kann man zusammen spielen. Eigentlich relativ simpel. So, wir sind jetzt krass stark, ne? Ich glaub, so schnell sterben wir nicht mehr. Shinshan, Beste. Shinshan ist auch cool, ja. Okay, äh... Gurudos, ne? Ich nicht, kein PC. Okay, schade. Ähm... Dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob das übers Handy geht. Aber übers Handy müsste es eigentlich auch gehen. Da hast du vielleicht sogar einen Vorteil übers Handy, weil da kann man besser machen. Mit der Maus kann ich nicht so gut malen, wie mit dem Finger. So, ich würd sagen, wir holen uns mal kurz Epona. Ich hab noch nie Monopoly gespielt. War's echt, Eva? What? Also, ich sag mal, es ist jetzt nicht so das krasseste Super-Over-Game, was man unbedingt gespielt haben muss, aber... Macht schon mal Spaß. So... So... Genau der war's. Dü-dü-dü... Mach den Po-Boogie. Der ist cool. Oh, ich hab... Ja, ich hab auch Zelda-Monopoly. Das ist auch cool. So... Wir haben jetzt die krassen Handschuhe. Komme ich damit drunter oder brauche ich dafür einen Hammer? Wir müssen jetzt alles hochheben, oder? Eju. Nee. Nee. Es gibt Steine, die kann ich nicht hochheben, ne? Nee. Schade. Hm. Ba, 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 ba. Okay. Ist auch egal. Denn wir gehen jetzt... Hier hin. Und ich hoffe, die Musik ist gut. Ah. Du brauchst den Hammer leider. Komisch, oder? Jeden Stein kann ich hochheben, aber dafür... ...brauche ich einen Hammer. Merkwürdig. So. Zack. Weg damit. Dil-li. 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 So. Was machen wir jetzt? 24-7, oder? Die Musik. Okay. Weiß gar nicht. Lohnt es sich, da runter zu gehen? Was meint ihr? Müssen wir wieder hochkommen halt. Äh. Ja, machen wir später. Hey. Kizune hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Dankeschön, Kizune. Vielen lieben Dank. Oh, Kizune möchte drehen. Ich brauch so Handschuhe für unseren Garten. Keine Flascheninhalte benutzen. Okay, alles klar. Das geht klar. Das geht noch klar. Ich hab, glaub ich, eh grad nichts in der Flasche, oder? Du-lu-lu-lu. Mario Kart ist klasse. Ich habe fast alle Sterne. Mir fehlen nur noch die 200. Ich mein, wir können das ja sowieso öfter mal machen, einfach so Community-Streams. Wir können ja auch mal Mario Kart spielen dann, ne? Wir machen immer mal was anderes. Die Leute, die Bock haben, die können versuchen, mal Garlik, äh, Garlik, ich sag schon wieder Garlik, Knoblauch-Phone, ja. Ich sag schon wieder Knoblauch-Phone, Gartik-Phone auf ihrem Handy runterzuladen oder, äh, das ist wahrscheinlich nicht im App-Store. Ich denke einfach auf der Internetseite. Ich denke mal, man muss da einfach einen Browser aufmachen und da eingeben, Gartik-Phone. Ich weiß nicht, ob es eine App gibt. Keine Ahnung. Ähm, die können das gerne mal versuchen, ob es funktioniert. Ansonsten, ähm, machen wir da einfach mal so einen Stream mit Gartik-Phone. Und irgendwann machen wir mal Mario Kart. Und irgendwann machen wir mal Smash. Obwohl ich Smash Online halt immer nicht so geil finde. Da kommen dann immer so Verzögerungen mit dazu und sowas. Ähm. Ich finde das eher so richtig live, sag ich mal, ne, lokal. Besser als wenn man da live spielt. Online. Okay, wir haben uns fangen lassen. Aber kein Knoblauch-Phone. Dü, 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 dü. So, Umfrage beenden. Im Gartik-Phone kann man einen Raum aufmachen und dann den Link dazu teilen. Dann landen alle im gleichen Spiel. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. So. Demon Slayer kenne ich. Aha. So. Ähm. Okay. So komme ich auf jeden Fall gleich zu der Tür hier. Und so wie das Spiel ausgefallen ist. Äh, die Umfrage ausgefallen ist. Werden auf jeden Fall. Oh, wie gemein. Okay, die sind neu platziert. Die sind neu platziert. Ja, wir werden Gartik-Phone spielen. Aber ich kann es euch noch nicht versprechen, dass das nächste Woche gleich klappt. Dementsprechend, äh, bleibt erstmal abzuwarten, wann es weitergeht damit, okay? Ich würde euch dann auf jeden Fall Bescheid geben. Äh, für alle, die vielleicht noch nicht dabei sind im Rit. Hier auch. Die sind überall, äh, in den Eingängen platziert. Ich glaube, ich muss erstmal rausfinden, wo die nicht im Eingang platziert sind. Das wird interessant. Genau. Äh, ich würde allen empfehlen, die halt nicht da drin sind, dem Discord zu joinen. Denn da kann ich dann die Umfrage, die Umfrage, die, die Nachricht besser verteilen. Ähm, dass wir, wann wir das machen und, äh, wer dann Zeit hat und so. Ne, nur wer möchte natürlich. Shit. Äh, das war voll in deinen Kopf rein. Junge. Mädchen. Du, du, du. Okay. Hier jetzt? Keine Ahnung. Das sieht gut aus. So. Äh, die steht da einfach rum. Normalerweise gibt's hier gar keine. Okay, let's go. Oh, dann geht's zu. Du, du ballert gleich mal den, äh, Link rein. Sehr schön. Ah, muss ich echt Discord laden? Ne, musst du nicht. Wie laden? Runterladen, meinst du? Ach, runterladen musst du, wenn du es benutzen möchtest, ja. Aber du musst ja nicht unbedingt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich euch das Preis, äh, geben kann. Ne, wie gesagt, wir reden da auf jeden Fall im nächsten Stream auch nochmal drüber oder so. Aber, ähm, für, ähm, für einen kurzen Weg wäre Discord am besten, sag ich mal. So. Bin mal gespannt. Hey, Baby. Lass fighten. Oh Gott. So, Discord kann man auch über den Bowser, äh, Bowser. Über den Bowser anwenden. Der guckt halt ein bisschen grimmig. Tipptü, Grudos kann man auf Dauerfeuer mit Pfeilen stun. Ja, okay. Aber, ich finde jetzt nicht so schwer, dass man das machen müsste, oder? Meine Pfeile sind gerade wertvoller dafür. Discord läuft auch im Browser, da muss man nichts laden. Ah ja. So, bin jetzt auch im Discord, sorge für ein bisschen Stimmung. Hey, Ariana sorgt für Stimmung, nice. Ja, wie gesagt, Leute, wenn es irgendwas nützliches zu wissen gibt oder irgendwas ansteht, dann werde ich das da auf jeden Fall reinballern, damit ihr dann Bescheid wisst. Ähm, ich plane das auf jeden Fall mal. Also, ich weiß noch nicht, wie gesagt, ob es nächste Woche klappt. Würde dann vielleicht eher übernächste Woche anpeilen. So, den ersten haben wir befreit. Ich gucke mal hier rein. Hä? Ja, okay, da muss ich super schnell sein. Das geht vielleicht, aber ich muss super schnell sein. Oh, holy moly. Okay. Hab für Discord keine weitere Verwendung. Da oben ist ein Loch. Habt du das gesehen? Ja. Zack. Okay, ganz schnell. Ducken. Versuch's mal mit ducken, wenn du bei der Person dort bist. Okay. Bringt das was? Wir probieren's. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Zack. Öh. Hm. Ah, blöde Kuh. Ich muss dir ehrlich sagen, ich mag in den Streams zu schauen. Meistens bin ich nur kurz da, aber ist bei dir... Bei dir ist nice. Danke. Vielen Dank. So. Ach, Mann. Jawoll. In den Koppels. So, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Hey, der Alka-Zar hat auch eine Mitgliedschaft verschenkt. Dankeschön, lieber Alka-Zar. Äh, du... Ah, klappt echt geil. Dankeschön. Nicer Tipp. Nein. Ich dachte, ich dachte, die kommt nicht wieder. Nein. Oh, Mann. Ist das gemein. Aber ich will das jetzt unbedingt noch schaffen. Oh, Gott. Meine Pfeile gehen aber langsam zur Neige. Das ist schlecht. Kann ich hier ein paar Pfeile haben? Nein. Wenn ich die Zune das mache, dann mache ich das auch. Alka-Zar. Okay, wir drucken uns gleich nochmal. Und dann warte ich lieber ein bisschen. Jetzt hat es nicht geklappt. Bam, in den Arsch. Hä? Warum hat das eben geklappt? Kennt sich jemand mit dualen Studiengängen aus? Brauche Infos. Mh, mh, mh. Zack. Gute. Bap, 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 bap. Wie machen wir das jetzt? Ich versuche es nochmal so wie eben. Okay, das klappt. Aber jetzt dreht die sich ja gleich um. Und kommt wieder, oder? Jetzt kommt die doch nicht wieder. Mal sehen, wie lange er hier braucht. Das ist auch ein nerviger Abschnitt. Ich finde ihn ja so schon nervig. Aber man kann es halt noch nerviger machen. Okay. So. Jetzt warten wir mal hier kurz. Bis da der Kopp es wieder aus der Ecke kommt. Aber ich glaube, da muss ich gar nicht lang gehen, oder? Da hinten. Oder ist hier was? Nee, hier ist nur diese Brühe. Theoretisch muss ich hier nicht lang gehen. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Okay. Sind wir hier. Dann haben wir da. Ich habe fast keine Pfeile mehr. Das nervt mich. Stell dir mal die Festung ohne Pfeile vor. Ja, das wäre noch super ekliger. Jetzt so als Strafe. Mach die Festung ohne Pfeile. Wo? Hä? Wo war die? Oh, diese blöde Kuh. Leute, was ist denn das? Ganz ehrlich. Das ist ja einfach nur nervig. Okay, warte mal. Kann ich? Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Wo kann ich denn hin? Ist das schlau? Nö. Aber ich mache es mal trotzdem. Excalibur. Hallihallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Okay. Zack. Also hier. Ja, hier irgendwie, ne? Aber wo waren die jetzt? Die stand da ganz komisch in der Ecke. Ich glaube, die sehe ich nicht. Oder? Wo ist denn die? Die stand doch da ganz komisch in der Ecke gerade. Da. Da ist sie. Die Troller. Öh. Soweit. Und selbst. Danke. Mir geht's auch gut. Alter, jetzt komme ich hier nicht rüber. Bin gerade ein bisschen gefrustet wegen dem Heck hier. Äh. Jetzt habe ich gerade Angst. Oh. 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 Mann, ich will Pfeile. Ich brauche Pfeile. Jetzt komme ich hier bestimmt nicht mehr raus. Doch. Das geht schon. Okay. Dann lassen wir fighten. Ich hoffe, ich muss nicht jetzt hier auf Speed fighten. Weil ich Angst haben muss, dass die gleich wieder aufsteht. Du. 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 Oh. Gefährlicher Sprungangriff, Leute. Wenn der Treffer hier landet, dann werden wir direkt wieder ins Gefängnis befördert. Da ist egal, wie viele Herzen wir haben. Nur mal so zur Info. Okay. Wenn sich der Erwachsene Link doch nur mit einer Gerudo-Maske durchmogeln könnte. Das wäre wirklich geil. Wenn du zu den Letzten hingehst. Ich weiß nicht mehr, wo. Da war... Da ist es eine ganz blöde Stelle. Da muss man echt aufpassen. Also ich finde, jetzt schon muss man echt aufpassen. Die Gerudos bleiben liegen. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Das hätten wir. Wir könnten direkt hier weitergehen. Es fehlen noch zwei Leute. Ähm... Hm. Wir könnten da rein. Wir könnten aber auch hier rein. Okay. Ich gehe einfach hier rein. Bitte, 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 bitte. Und... ... ... ... ... ...